So, hier sind wir jetzt am Hauptpool vom Sheraton Summer Bay. Hier ist die Poolbar. Und hier ist dann nochmal das Laia Lina Café, wo es Kaffeespezialitäten gibt. Hier ist eine Grillstation aufgebaut. Superschön und da wird jetzt ganz frisch gegrillt. Und hier ist für uns jetzt für heute Mittag ein heißer Tag geworden.